So, hallo die Leute und herzlich willkommen zurück zu meine Frau, die Piratin und ich von 59Farmo und Karl Barbossa. Ich hoffe die mit funktioniert jetzt noch, weil irgendwie haben wir immer so ein paar kleine Bugs und dieses Mal ist der Checkpoint verschwunden gerade eben. Wir haben gereloggt und dann war er weg. Die Effekte sind hier weg. Ja und man kann auch... Checkpoint an sich ist noch da. Auch nicht mehr speichern irgendwie. Aber okay, das macht nichts. Warum entzündet es sich nicht? Ich habe das Gefühl, dass die Command-Blocks sich verabschiedet haben. Oha. Äh. Ein Moment. Ist ja jetzt eventuell ungünstig. Ein klitzeklein Moment. Wir... das haben wir gleich. Sechste Monate später. Äh. Äh. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Der Rasenmäher. Äh. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Äh. Bis gleich. Farmo. Ah. Ja, indeed. Ah. Arrrr. Okay. Nein, ich möchte nicht. Ja, okay. Arrrr, was war das? Scheint wohl so, als wir kennen wir Besuch. Macht euch bereit, Männer. Also, da seht ihr Kinder, Reloggen rettet euch vor allen möglichen Command-Block-Fehlern. Äh, okay, wir können uns jetzt hier durchschießen. Das ist schon mal sehr hilfreich. Das ist ja zum Schießen. Oi, 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 oi. Jetzt. Oh. Da kann ich nicht durch, oder? Ey, das ist bestimmt ein Secret. Ja, schon, aber da komme ich ja nicht durch. Er kann dann lass durch die Tür hier gehen. Da ist ein Tür. Oh, nein, geht doch noch nicht. Äh, da kommt man doch hin. Stimmt. Bin mir sicher, dass man da hinkommt. Plus, wie? Äh, da kommt man. Vielleicht von der anderen Seite. Ach, guck mal, da sind übrigens die Effekte wieder da. Ja, das sage ich ja. Command-Block löst alle Fehler. Aber man kann durch so Gitter auch gar nicht durchschießen, ne? Nope, so, die Lebläcke. Okay. Kann ich mich da durchbabben? Nee, wir kommen da bestimmt von der anderen Seite her. Vielleicht ist es auch relevant für die Story, wenn wir zu dem Typen kommen. Ja, gut. Hier seht ihr Kanönchen. Hier ist bestimmt irgendwo dazwischen ein Secret. Ach, das soll ein Kanon darstellen. Jetzt sehe ich's. Äh, weiß ich nicht. Wo ist meine Kiste? Wo ist meine Kiste? Hier geht's hoch. Oh, irgendwo, ne? Ja, hier geht's hoch, aber ich will erstmal... Wir gehen erstmal ins Dunkle. Richtig. Ich will erstmal auf Kisten durchforsten. Ach, Mann. Weißt du, was doof ist? Was? Also, wenn uns mal irgendwas zu Dunkles sagt Bescheid, dann spiele ich kurz mit Default. Bei meinem, ähm, Texture Pack gehen die, äh, die Gamma-Einstellungen nicht. Das akzeptiert die nicht. Oh, das ist aber auch eine gute Möglichkeit zwischen erhöhten Gamma und nicht erhöhten Gamma zu wechseln. Ja, ich hab ne Gamma von 1000 und das ist ganz normal, als würde ich auf, naja... Na, Gamma von 1 spielen. Gamma von 1 spielen, ja. Okay, ist einfach nichts. So, dann gehen wir halt einfach. Das macht nichts. Ähm, okay, hier ist ein komischer Schädel. Ach, Mann, ich bin grad überfordert. Untersuchen, Orakel. Mit nem Orakel reden. Ne, das wollen wir noch nicht. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen an. Ne, wir gucken uns erstmal in den Häusern hier um. Aber irgendwie... War hier irgendwo was klau... Ach, das ist eine Brücke. Ich glaube, hier wird's nicht so ganz mit Looten und Leveln. Hier sind nirgendwo Kisten. Zumindest... Das sind Piraten. Die haben alles ganz sicher verstaut. Ja, okay, das wird nichts. Jetzt gucken wir das Orakel an. Hier geht's überall hin. Also, überall geht's überall hin. Und überall dann wieder auch überall. Das darf ich sprechen. Ja. Muss ganz tief sprechen. Okay, warte. Wenn ich richtig gut bin, dann schaffe ich's, dass ich meine Audiospur perfekt übereinanderleg, dass ich anhöre, als hätte ich so ne Doppelstimme. Mh... Mh... Euch zwei habe ich hier noch nie gesehen. Was ist euer Begehr? Meine Frau wurde von dem Anführer dieses Piratenverstecks entführt. Wir sind hier, um sie zu befreien. Hey, was macht ihr zwei da? Moment, ihr seid gar nicht von hier. Auch das noch. Oh, guck mal, Piraten. Ja, ich müsste... Wachsamer Pirat. Ja, ich hab zwei. Oh. Du bremst. Eventuell. Das ist richtig, ja. Ihr habt eure Stärke bewiesen und euer edles Begehren. Wer Gutes tut, dem soll auch Gutes widerfahren. Folgt mir. Oh, guck mal. Das ist ja cool. Hm. Orakel. Lauf nicht weg. Ja, was macht man, wenn das Orakel sich verpisst und man hat's nicht mitgekriegt? Hat man es verschissen. Oder... Dann muss man selber suchen. Bleibt das stehen oder läuft das weiter? Das bleibt stehen. Das bleibt tatsächlich stehen. Oh mein Gott, ist das cool. Das wartet auf uns. Oh, wie nett. Cool, das Orakel. Wesser gemacht als manche deskripteten Spieler. Oh Gott. Ich hab... Okay, hier können wir angeln. Oh, wir sind auf zwei unterschiedlichen... Hi, na? Okay, warte, was hab ich gesagt? Brauchen wir auf der tropischen Insel? Hast du's mit auf Kopf? Was ist denn der Aufkopf? Ähm... Ah, einen Apfel? Nee, Goldstaub. Ich hab einen Barsch. Dani, kannst du dich noch... Ich hab letzte Aufnahme gemacht. Ja. Am Ende der Folge. Ob wir noch einen Barsch angeln werden, hast du gesagt. Und was angeln wir? Einen Barsch. Oh boy. Ich will keines einfach denselben Humor. Ey, guck mal, ich komme zu dir rüber. Äh, das ist keine gute Idee, glaube ich. Weiß ich nicht. Guck mal, das ist relativ... Wir müssen hier irgendwas machen. Vielleicht ist es ja auch in Tampon. Vielleicht ist es ja auch so gewollt. Ach nee, das ist sicherlich so gewollt, dass wir hier lang... ...machen. Oh, hoch. Ups. Ähm. Ja, das ist irgendwie so Folge dem Steg. Also, oh. Hoch. Ja, du weißt ja, wie man zu mir auch rüberkommt. Äh, wie soll ich das... Guck mal, Dani. Spring mal auf meiner Seite ins Wasser. Warte. Also, schwimm einfach mal durch. Oh. Du wirst dann auf die andere Seite tippet. Ja. Ach, da ist ein Knopf. Oh, bin ich blind. Wow, Dani, der Blindfisch. Aha, versteht er, weil wir gerade gefischt haben. Seine Mama riecht nach Fisch. Äh. Okay, ich habe auch einen Knopf. Da hinten. Kannst du den drücken? Der ist schwarz. Jetzt, sei mal nicht knopfrassistisch. Ja, du kannst ihn auch drücken, wenn er schwarz ist. Nee. Ich weiß bloß nicht, ob ich da rankomme. Nee. Was macht denn dein... Da ist ein Zaun, ne? Geh da nochmal hin. Ja, warte mal. Und sag mir mal, ob der Zaun gleich weg ist. Das kann ich gleich... Ja, doch. Ah, ja. Ich habe hier nämlich... Okay, du musst mehrere... Mach den Knopf nochmal, damit der Zaun wieder weg ist. Ja, genau. Okay, und jetzt musst du noch einen finden. Dann kann ich da rüber... Ja, okay. Es ist immer derselbe. Oh. Okay. Ah, ja, jetzt mache ich bei dir was weg. Da, guck mal. Mach mal. Ah, okay. Warte. Dann drück den mal. Dankeschön. Äh, drück ihn nochmal. Es ist nichts passiert. Hast du noch einen eventuell? Nein. Aber du müsstest jetzt wieder einen haben. Theoretisch, ne? Wie sehr. Kein... Zumindest komme ich hier anders nicht weiter. Na, obwohl... Na, obwohl... Obwohl... Jetzt kann ich doch wieder den hier hinten benutzen, oder? Vielleicht? Ja, kann ich. Der öffnet mir aber nichts. Oh. Kannst du deinen benutzen? Oh. Ja, gut, okay. Kommst du jetzt weiter? Nein. Aber ich glaube, deiner macht die dunklen weg. Kannst du nicht nochmal irgendwie drücken? Oh, doch. Ja, siehst du, deiner macht nämlich die dunklen weg. Aber hier ist ein dunkler, der geht nicht weg. Vielleicht musst du einen anderen Knopf finden. Hier ist noch ein Knopf. Guck mal. Nein, mach den nochmal. Mach den nochmal. Das war der Richtige. Danke. Drück mal nichts. Also, ich wäre jetzt auf einem Zwischen... Oh, ich brauche jetzt einen ganz weißen. Einen ganz weißen. Also, da komme ich nicht weiter ohne deine Hilfe. Das heißt, ich gehe nochmal kurz zurück und schaue mir den Knopf nochmal an, oder? Also, ich drücke dir mal den. Ja, das ist er. Und ich bin auf der nächsten Insel. Okay. Ja, ich auch. Ich habe wieder einen Knopf. Einen Moment. Ja, drück den mal. Ja, der hat es mir weggemacht. Okay. Jetzt bin ich auch auf der nächsten Insel. Okay, kannst du noch was drücken für mich? Äh, warte mal. Ja, tatsächlich. Oh, warte. Da muss ich von hier ran. Ähm. Nee, der war es nicht. Oh, okay, warte. Aber warte, warte. Auf der anderen Seite kann ich durchlaufen. Ja, richtig. Man muss ja mal gucken, auf welcher Seite man ist. Äh, und da ist wieder ein Knopf. Mach ich dir damit irgendwas? Ach, damit mache ich mir selber was weg. Okay, warte mal. Äh, beweg dich mal nicht weiter. Ich muss nämlich mal kurz einen Knopf wegmachen. Also, einen Zaun. Also, ich werde jetzt einen Jump'n'Run zu einem nächsten Part. Oh Gott. Einmal da runterfallen und ich bring mich um. Oh Mann. Ähm. Ah ne, das ist nicht der richtige. Hast du noch mal irgendwie einen Knopf? Ja, ich hab einen Knopf. Äh. Aber, ah jetzt. Ah, okay. Äh, mach den noch mal. Der hat nämlich gerade den Weg versperrt. Und mach nochmal den vorher. Den vorher. Okay. Warte. Danke. Jetzt mach. Äh. Den. Also, drück nochmal den. Den von. Genau. Und jetzt drück den anderen. Also, nein. Nein. Denselben nochmal. Egal. Ich verwechsel immer diese. Diese Holzfarbe, weil das so ähnlich aussieht. Danke. Und jetzt bin ich bei einem Jump'n'Run Part. Ja, ich auch. So zwei, ein, zwei Sprünge. Und da müsstest du mir jetzt was öffnen. Ja, also, eins, zwei. Ähm, nee, ich kann hier erstmal nichts öffnen, aber... Okay, warte, dann schau ich mal weiter. Warte, warte, warte. Ach, hier, doch, ich kann hier was öffnen. Ja, ja, das war richtig. Ähm, okay, jetzt bin ich auf der nächsten Insel. Mhm. Da ist ein Baum. Lass mich mal kurz gucken. Achso, warte. Achso, kannst du mir den Knopf drücken? Ja, ja, kann ich machen. Warte. Dup, 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 dup. Ich kann dir den Knopf drücken. Ja, das war nicht der richtige. Hast du nochmal irgendwie einen Reichweite? Ähm. Warte, ich kann mal ein Stückchen weiterschauen. Ob da in die Ecke nochmal irgendwo was ist. Aber ich sehe jetzt keinen... Warte, ich gehe einfach nochmal so weit wie ich gehen kann. Und da ist mir dann der Weg versperrt. Ah, aber da komme ich auf die andere Seite. Warte, wenn dir den Weg versperrt ist, kann ich... Warte, 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 warte. Dann versuchen wir den wegzumachen. Okay, pass auf. Der Knopf vielleicht? No. Der hat genau nichts gemacht. Okay. Aber warte, ich kann... Ich kann mal versuchen, ob ich den Weg öffne. Hilft dir das? Warte, mach nochmal. Ach, da hinten. Nö. Ähm. Ich kann hier relativ frei rumlaufen. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt sind zwei Sachen in meinem Weg. Ob du irgendwas drücken kannst, dass die wegmachen? Nee? Äh, dann gucke ich nochmal, ob irgendwo ein anderer Knopf war. Zurückspringen wollte ich eigentlich nicht in dem Leben. Ja, das denke ich mir. Äh, eigentlich müsstest du irgendwo einen Knopf haben, der mir hier einen... ...einen Oakwood-Zaun wegmacht. Oakwood. Ich habe halt hier nur dunkle Knöpfe. Aber ich kann nochmal schauen. Also ich kann jetzt einmal hier außenrum zurücklaufen, dann machen wir mal den Knopf von vorn, der den Zaun weggemacht hat. Nee, falscher Knopf. Ach, dann muss ich wirklich zurückspringen. Das war ein anderer Zaun. Weiß ich nicht. Da ist mir halt einer im Weg. Ein Heller. Nee, warte, da kann ich glaube ich gar nicht mehr zurück, oder? Ein Heller. Fuck! Kannst du nicht? Okay, dann muss ich nochmal einmal komplett rausnehmen. Ah, warte, ich bin jetzt hier... Ich bin jetzt wieder bei dem... Shit. Äh, ich könnte... Ich habe jetzt wieder die Möglichkeit, ein paar Knöpfe zu drücken, aber... Ja, drück mal. ...ich müsste halt gleich wieder von dir irgendwie zurückgeführt werden. Ja. Drück mal. War es der Richtige? Nee. Hat genau... Okay, warte, lass den mal. Der hat irgendwas da hinten ge... Ah, aber jetzt ist hier wieder versperrt. Okay, warte, drück ihn nochmal. Ähm, warte. Ich hätte jetzt nämlich hier gerade einen Weg, um weiterzugehen. Ah, ich drück ihn nochmal. Der macht da hinten was. Also irgendwas, was du von den vorherigen Sachen gedrückt hast, hat mich jetzt komplett eingesperrt. Warte. Ich mach den erstmal wieder zurück, damit ich meinen Weg gehen kann. Ja, der hat mich eingesperrt. Jetzt kann ich wieder zurückrennen. Und hätte halt hier immer noch einen Knopf, der was Dunkels macht. Oh ja, der war perfekt. Der war perfekt. Ja, das war der, den ich vorhin gedrückt hab. Jetzt konnte ich nämlich immer wieder weiter... Und jetzt hab ich halt... Drück ich... Warte mal. Ähm... Ich hab zwei Zäune, die mir was versperren. Und erst dann wär dein Knopf von gerade eben relevant, weil der hat dann dahinter was weggemacht. Kannst du jetzt vielleicht nochmal einen Knopf drücken? Ich kann dir halt den einen, den dunklen drücken. Und ich kann dir, wenn ich nochmal ganz zurückrenne... Da kann ich einmal komplett außenrum... Wenn ich außenrum gehen könnte hier... Da kann ich dir den hier drücken. Hat mir genau... Warte. Er hat mir beides genau gar nichts gebracht. Okay.